so und damit herzlich willkommen zur nächsten folge league of legends hier auf diesem kanal und sowas alles und ihr habt für wukong gevotet ade mitte sind wir jetzt hier am start natürlich mit feuer und so clear ist mit dabei spielt set anscheinend auf der top lane ja und wir haben die bot lane besetzt mit rafiki und warchai sind auch gleich im record mit dabei thrash und graves sind da am start und nameless versucht sich mit evelyn er versucht einfach dieses mal nicht so hart rein zu finden drei von unseren gegnern sind noch nicht connected aber das macht eigentlich auch nicht so viel ich werde dann einfach mal jetzt mich wieder in juden das heißt wir werden jetzt die schwachköpfe alle wieder hören genau wir haben sowieso die fresse gehalten siehst du kannst uns vertraut ihr schon hört man den ersten wir haben wir haben gerade die klappe gehalten werden du die ansage gemacht dass man so sehr vertraut er uns ich habe ich habe alles gemütet alter als ob ich dich dir vertraue ich habe mich dazwischen geredet nein das kann jeder überhaupt nicht siehst du ja jetzt an meiner seite der jungelfisch mit nautilus im jungle total total warum ist der jungelfisch nicht mit nami oder fiss im jungle das wäre ja stylisch aber nein ich kann mal sagen warum das ist einfach ein drachen klingen bei riven wetter fägena also wenn ich ihr wenn ich jetzt gerade hier ist karte ich muss ich mich jetzt in den kommentaren ich weiß ich glaube von letzter games kann ich noch klappe ist scheiße geworden das ist warum warum spiel die augen scheint von gp ich weiß ich glaube von letzter games kann ich die noch klappe ist scheiße geworden seid ihr auf deutsch spielts it's k it's k das ist kurs motto es ist okay wenn du meine gefühle verletzt diese kleinen jämmerlichen ich habe hier unten reingenommen war oh mein gott sich so verändert er spielt das spiel nur noch auf deutsch das hier ist kürz penis so und das ist mein fehler einfach größer wird so ich bin klären versuch ein hoch zu bekommen klappt nicht klappt nicht ja 3 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 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 7 5 6 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 10 10 7 10 10 11 12 11 14 ist jetzt hier schon beim Red Buff, das heißt Nautilus ist auch nicht weit. Irgendwo bei seinem Blue Buff. Ich bin gleich von hier rein gestürzt, so Huyo, ich bin Nautilus und Genke. Fuckt uns damit ab. Wird mein E zweimal geskillt, das heißt ich habe kein Inves zum Escapen. Na was? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Oder hier ist ein Nautilus. Da ist ein Nautilus. Nein, der gibt es mir. Dieser Nautilus. Wo ist der Nautilus hin? Wieso, ich das jetzt aber mache? Der ist in den Jungle wiedergegeben. Also kommt der nicht hierher? Ich fucke jetzt den Club. Mach mal was. Der ist in den Jungle wiedergegeben. Also kommt der nicht hierher? Ich facke jetzt den Club. Macht Affe auch, bin ich schon gewohnt. Oh, ich wollte gerade sagen. Ist ja doch schon gewohnt. Pass auf, dass du an den Minions nicht stirbst, Alter. Fack ich hier fast an den Minions. Das kommt nicht, ich würde sagen, kriegt er so Double Up, weil sie irgendwie auf die Lane kommen mit Scheiß Ignite oder so. Ach, fuck. Farmen, 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 und weiter farmen. Ach ja, Mensch. Warum dived der durch? Und nameless, wie geht's dir? Dann, 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 da, 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 da. Ups. 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 Muss ich jetzt bei jedem Lasted sagen, oder was? Wupp, wupp. Er hat noch Flash. Das heißt, es hätte sich nicht gelohnt, Ignite und alles und draufholzen. Wie ein Boss. Ist das Nautilus viel? Ich hab natürlich wieder den Gold-Vierer-Brocken auf der Tappe. Ja, Brocken! Ey, Alter. Ich hab Nautilus jetzt schon 5 Millionen Jahre nicht mehr gesehen. Mindestens. Ja, seitdem ich den vorhin fast gekillt hab, ist der irgendwie weg. Jetzt macht er einfach einen auf AFK-Jungle. Was ist mit diesem Fiss, ey? 15 Last Hits hat der. Ja. Da kann ich AFK-Jungle, weil ich mit seinem Jungle bin. Da ist ein Riven in der Mitte. Ja. There is a Riven in the Mitte. Survived! Alter, da ist so ein Fiss mega low. Ich hab meine Ignite rausgehauen und so, Mann. Dieser scheiß Set auf der Top sagt natürlich nicht miss an, der Homo. Oh, Evelyn, please, Evelyn, please, Evelyn, please, Evelyn, please. Oh, mein Gott. Nein, der Kuh ist nicht rausgekommen, Alter. Dass ich nicht von Riven töten. Die kommt jetzt vielleicht wieder, ne? Von der Seite so angelatscht. Der ist nicht gestorben, Alter. Na. Ich hab meinen Kuh gemacht und in der Animation hat sie es abgebrochen, Alter. Ich hab meinen Kuh gemacht. Warum ist er nicht gestorben? Ne? Oh, shit. Meine Kamera muss sich ein bisschen impositionieren. Der hat die Animation... Das Geräusch kam schon von meinem Kuh, aber der Kuh kam. Weißt du nicht mehr? Weißt du, weißt du wie ich das schmeiß? Ich bin bald bei Galileo Mystery. Verstehst du? Ja. Wie ich das gerade gesagt habe? Bist du A-Fan-Clap? Nee, es geht gar nicht, Mann. A-Fan-Clap? A-Fan-Clapaaa. So, 6 Minuten 40. Das heißt, bald ist der Red Buff wieder ab hier vom Nautilus. Das ist alles nur die Schuld von Stronghold, ey. Wenn ich das nicht wegschweig hätte, dann... So, Stronghold Crusade mit 2. Stinkt hart. Nach Fisch. Nach Fiss stinkt das. Toll, der ist jetzt Level 6. Ach so. Dieser Feed auf der Top. Ja, wir sehen es. Seinen fetten Anker mit den Arsch aufgerissen hat man. Der springt immer mit so einem blöden E weg und dann kann ich ihn nicht legen. Beziehungsweise mein Q reinballern. Evelin, wie wärs? Gibst du mir Blue? Ja. Du stirbst einfach fast daran, du Lappen. Ja. Nein. Die Idee. Ich werde jetzt schon ruhen mit dem. Ich hab ja nur mitlayen ruhen. Meiner einzige. Na schade. Deine Haare. Einzige. Der macht jetzt Red Buff halt, ne? Konzentrierst du dich nicht darauf, mal so einen alten Nautilus zu counterjunglen? Der dreht sich um, gibt mir einen Hit mit sich, ich stell's schildern und hab mir fallisch um. Pff. Mh, 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 mh. Ich hätte voll Bock sein Blut zu machen, aber den... den tanke, alter. Dann komm ich auf die Lane, bin voll low. An der P. Alter, hör was mit dir! Ich fliede da rein, ey. Schlimm. Los. Die macht Q, Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Q, Auto-Attack, bin tot. Also nur 1 Spell, quasi. Ich bin tot. Tja, outplay du Fisch! Putz! Mh, mh, mh. Der hat grad in meiner Kopie die Ulti gegeben. Putz, 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 putz. Was, Zett ist hier? Oh, lol. Wer ist? Fuuuuck! Wow, Zett ist hier, alter. Total. Zett! WTF? Wo kommt ein Zett her? Ich hätte gerne einen Redbar. Komm schon, Zett, was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich, Claire? Komm schon, ey, Claire, ey. Wow, 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 wow. Da kommt's jetzt schön her. Ach, Nautilus, komm. Leck mir die auf die Möse, alter. Ich komm dir entgegen, ich komm dir entgegen. Ich komm dir entgegen, ich komm dir entgegen. Alter, ich komm diese super coole Riven und nimm noch die... Nein, diese Jett einfach. Der supportet das einfach hier, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was für die Lose ist. Die sind schon wieder überall. Hallo, hier. Der hat schon wieder Schild. Ich komm dir entgegen. Ja, was ist denn los mit denen, Mann? Natürlich kriegt er mich, ne? Oh, er ist auf die Nautilus. Warum ist denn ein Nautilus? Guck mal, der Nautilus steht da, Leute. Jetzt kriegen wir auch noch, das ist ein Redbar. Kurze Zusammenfassung. Also, der Nautilus steht hier. Geht also davon aus, ich flashe rüber. Yes! Der Nautilus steht da und geht davon aus, ich flashe. Wieso geht der denn davon aus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum der Nautilus davon ausgeht, dass er flashe. Du wirst ja eben dort verraten. Rivenhaut ab, Alter. Mit von dem fetten Fett sack gar nicht. Scheiße, Mann! Fucking safe, ne? Was geht denn jetzt ab? Die Riven ist einfach mal, die läuft einfach straight Mitte. Und jetzt hat dieser scheiß Fisch den Double Buff. Ey, ich hätte den Fisch ja fighten können, wenn er nicht unbedingt Riven gekommen wäre. Die Large einfach auf die Lane und dadurch hat sie dem Fisch dazu verholfen, dass ich nicht fighten konnte, ey. Kacke. Nur bei Clash wieder der Top-Lane, ich müsste sagen. Nee, die war ja Race. Wäre egal. Trotzdem nur bei Clash. Nur bei Clash, was? Ja? Verdammt, Mann! Warum? Ne, ich muss weg. Nautilus macht sich vielleicht auf den Weg Bot. Zerstört jetzt noch die... Ne, das hat er nicht gesehen. Doch. Hat er gesehen, hat er gesehen, hat er gesehen. Der Nautilus wieder, ey. Der Nautilus! Nautilus OP. Ach ja, ich kann mal Top-Lane, falls du da nicht gleich tot bist. Okay, Mist. Aber die muss nicht nur was machen, um dich zu töten. Die hat nur Stun-Ultil gemacht, ich bin tot. Kein Autilus, stirbt aber. Du weißt was falsch, hast du keine Rüstung oder sowas? 51 oder so. Sie hat nur 6, wir haben 57 Rüstung, ich mache wenig Schaden. Verstehe das irgendwie nicht so ganz, warum die mir so viel Schaden macht. 150 Schaden hast du ja, macht mit jedem Auto take you fast 300. Ich roe mal runter, Leute. Jo. Aber ich glaube, die haben mich gesehen, ja. Kommt, die Rivenwimmens jetzt. Ja. Sie kommen. Oh mein Gott, wo kam denn jetzt... Oh man, er ist und Jenner, man. Ich hätte das One-on-One gegen diesen verdammten Fisch gewonnen. Das ist hier schon, ey, klar. Oh, scheiße. Die haben mich gesehen. Das darf nicht wahr sein. Hör ich aus? Ach komm, ich ignite sie jetzt. Ach so. Oh. Dieser verdammte Fisch, ey. Der nervt mich übelst hart. Man, ich hätte das One-on-One gegen ihn gewonnen. Aber dieses scheiß Jenner und der S kommt auch noch, Alter. Ach, verdammt. Das nervt mich irgendwie, ey. Das Game läuft schon sehr gut, Rischke. Es wird 5-2, Riven 5-2. 5-2, 5-2. Also weitergehen, also weitergehen. Gib mir mal bitte den Blue. Ich bin nicht im Blue. Ich muss immer ne Lehre sein als Jungler. Ja, ohne Schwanz. Ach so, ja. Aber bei mir beim Mistgeschwären, Alter. Das ist das Ding dabei. Der Fisk war auch bei Sfeng. Der Fisk ist eigentlich total fach. Mach mal jetzt! Warum kommt eigentlich jeder an und macht mir prinzipiell, mit egal was er macht, 600 Schaden? Der Fisk kommt an. Ich hab 600 Leben. E.Q. Ich bin tot. Was? Und die Riven genauso. Warum macht mir denn jeder prinzipiell so viel Schaden? Die stinkt alle. Ähm. Very interesting. Interessisting. Ey, man. Glaube ich du. It's in English. Habe ich so ne Aura, nimmt 50% mehr Schaden, man? Bin ich in Ascension, man? Habe ich so ne fucking Aura, wo ich gar kein Heel auch mehr weiß? Es ist noch die Nautilose. Es ist noch die Nautilose. Schalalala ! Ich töt' jetzt den Nautilose. Schalalalalala ! Auch verschluckt. Was ist das nicht denn ernst, Alter? Seid ihr wirklich an mich rennt, Simon, ey? Der Fiskflash die mir hinterher, um mich noch zu töten. Naja. Wie stimmt doch richtig hart. Jetzt kann ich mich nicht mehr mitgegen... mit ihm anlegen, alter, mit dem Fisch. Der nimmt mich jetzt einfach easy auseinander. Mit so wenig HP. Aber diese Riven, alter. Stimmt's. Oh, jetzt wird's ein Loop. Der Loop-Off-Angler von der Typ, ne, ey. Hotlane, da tut mir noch diesen Thresh. Ja, ja, diesen Gen. Upsi. Easy. Easy. Mitte wird jetzt reingedrückt, ich kann ihn nicht aufhalten momentan. Also jetzt gerade. Der Leben hat er voll, das Leben. Der ist voll. Boah, mein Auge. Komm mal hier, komm mal hier, der ist bei den Golems. Komm mal jetzt den Golems. Hotlane, der ist bei den Golems. Oh, Riven ist auch da. Oh, oh. Ich kann nicht kommen. Oh, der Fisch kommt auch. Scheiße. Ich hab aber nicht gesehen, dass der Wunder gekommen ist. Die wollen mich. Nein! Scheiße, ist sick. Er kriegt auch noch Übel-Skills. Ey, ich will wegrennen, da kommt einfach ein random Astral-Crew, äh, Crew, die scheiße war dann. Oh, nee. Der ist von meinem Jungle. Da habe ich wenigstens keine Counter-Jungle. Ich bin ein Noteless-Boppel. Es ist so weit, dieser Noteless-Boppel. Entfer, dem Stunner-Zeug. Da kommen sie alle. Ich komm mit an den Meter. Die sind natürlich alle Mitte. Wo auch sonst, wo auch sonst, wo auch sonst. Mit dem Pimmel auf der Nase sieht ja aus wie noch's da, also. Wollte ich grad sagen, wollen die mich jetzt diven, ey? Eveline, komm. Wenn du da rumgehst, dann können wir die nehmen. Da ist Naughty Luz. Naughty Luz. Es wird kommt auch. Es auch. Wie hättest du die nehmen können? Z ist auch da. Komm, die klatschen mir. Da ist kein Kuh mehr. Lol. Alter! Ich kick alles ab! Der rennt einfach weg. Das ist der Hammer! Geh weg von mir. Der kriegst da nicht mehr. Ich wollte auch weg. Oh, dieser Fisch. Diese scheiß Jenner-Ulti, Mann. Und der S hat trotz Knock-Up, also ich hab ihn ja genock-upt, weil ich da reingeschubst wurde. Krieg da trotzdem alles raus. Ey, die hätten mich fast erwischt damit, ne? Oh, mann. Verdammt. Aber klar, du bist nicht auf den scheiß Naughty Luz gesprungen mit mir, Alter. Ach so, lass mal auf den Tank springen. Ja, ey. Wirken von der Seite bei euch. Ich bin nameless. Ich spiele das Spiel seit drei Jahren. Hab noch nicht gelernt, dass man den Tank eventuell nicht fokussen sollte. Der hat mich auch noch tot, Mann. Ey, was hättest du denn da fokussend? Du hast geist gemacht. Der ganze Team fällt dir. Natürlich hab ich was gemacht. Ich hab jemanden getötet. Und du? Schnaubst jetzt. Ey, dieser Lafiki fang mal in die Mitte ab. Ich werd verrührt. Boah, den Supporter. Ja, den fokussend man natürlich. Ja. Ja, das einzige Ziel, was tödbar war, ne? Wenn ich zum Fisch springe, der einfach meinen Ulti weggerätet oder was? Und lautstisch bin ich erst recht. Ich hab mir keinen Schaden. Alter, man, den Rücken fickt mich einfach, weil ich exhausted war. Komm schon, Graves. Komm schon, Graves. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich wollt grad sagen, aber jetzt kommt der Fisch. Oh, der Fisch. Nein, geh weg von mir. Ja, ich geh weg. Nein, ich bin wieder tot. Dieser Fisch. Oh, die S-R-Ulti. Dieser Fisch. Oh, das war ein Fehlerfisch. Das war ein Fehlerfisch. Oh, das war ein Fehlerfisch. Oh, Mann, mit dem Q zieht er dich. Oh, mit dem E. LOL. Ha, ha, ha. Scheiße. Ah, Mann, er stinkt doch dieser Fisch, ey. Fast. Ne, ich hab ihn ja im Prinzip outplayed, ne? Aber, was willst du machen, ey? Was willst du machen, gegen den Fisch? Fisch hat mit Roaming so viele Kills gekriegt, ey. Fischer, Fisch, ey. Fisch. Oh, der stand gerade. Vor zwei Minuten hat er noch 2-1. Mit Unterstützung von Riven kriegt er einfach einen Kill an mir, ey. Der, mein fertig. Good job. Der kommt. Mein fertig. Boah, du bist auch noch kurz stehen, wie ich dachte jetzt, ey. Der flescht einfach. So einen auf, die kriegt ich jetzt so, nur, ne? Oh, okay. Pfff. Es ist Mist. Oh mein Gott, der flascht. Nauti, sag mal, Alter. Was ist mit dem, Mann? Kann die eigentlich irgendwie auf dem Schreibtisch ihres Lehrers? Boah. Wie geht die? Ach, genau das hast du dir auch gedacht. Die, die so im Team ranken... Ne, das nicht, meinst du, warum die alle rumflaschen. Die, die in einem Team ranken, denken, das müssen die umgewinnt gewinnen, ey. Oh mein Gott. Das kommt auch noch an. Geflasht, Mann. Oh mein Gott, die will nicht. Jenna flasht. Nauti flasht. Nauti flasht. Alle flaschen, Alter. Ähm. Wie die begeasten, ey. Oh, das ist Nauti. Ne, lass dir das. Immer weg. Wo ist das ein Great? Oder du bist tot, ey. Nein! Warum? Nein, immer mehr. Warum? Zwei Ultes auf mich. Das ist nichts besonderes. Nichts besonderes. Die hauen alles auf irgendwen raus. Scheißegal. Nauti-Ulte plus von 0. Boah, da sind viel wieder da auch rum, ne? Alter, schön. Sehr gut. Ja, das ist was, ey. Ja, das ist was, ey. Fan-Game schon wieder, Mann. Ein glänzendes Ründchen, League of Legends. Das ist mal Turn to shine, würde ich sagen. Das ist schon so'n Fizz-Typ. Ich hab' Ulti. Hätt' jetzt einen eh raus, ne? Muss man normalerweise... Boah, ja, die Ulti ist so gut. Alter, ich hab' den... Warum hab' ich den Fisch nicht erreicht? Warum geht ihr denn jetzt auch nicht ein bisschen rein, Alter? Eine Ulti von Zett oder so? Fuck. Da hätten wir doch jetzt wohl fighten können. Ey, wie ich einfach mit meiner Ulti nicht an diesen scheiß Fisch reingekommen bin, ne? Warum ist der so schnell? Fightet nicht. Keine Ahnung, ohne meine Ulti brauchen wir nicht fighten. Der Kackfisch haut seinen eh raus und kommt trotzdem vor meine Ulti weg, ey. Das ist doch lächerlich. Na ja, aber für Kinder... Was versteht ihr und er zieht euch zurück und fightet nicht? Oh, Mann ey. Sehr gut, ne? Habt ihr gut, Kamera? Alter, ich hab' doch gesagt, zieht euch zurück und fightet nicht, ey. Was ist da los? Ich weiß nicht wie, aber ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall drauf und fightet. Ohne meine Ulti bringt das sehr viel, habe ich verstanden. Bleibt einfach genau vor den Gegnern stehen, weil die werden bestimmt nicht engagen. Haben ja nicht irgendwie eine Audi los oder so. Oder eine Fizz-Ulti oder irgendwas. Autsch, 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 Leute! Was hast du vor, Jin? Willst du über die Wall flashen? Ja, da kackst du wieder rein, ne? Der ist instant auf halbes Leben. E-Kook, halbes Leben. Aber blöde Jenna hängt da immer neben ihm so. Oh, ah, Esra, ich graul deine Eier. Merkst du das? Merkst du das? Alter! Die wollen Dragon machen. Weißt du, ob ich da was gegen mache? Schön. Komm ich einfach hin und klatschen jetzt. Wir machen jetzt einfach richtig fertig. Eine Sekunde holt die jetzt. Ja, schon fertig. Leute. Und halt einfach fertig, ne? Oh, fuck! Guck mal diese Jenna an, Alter! Das ist der Hammer. Ja, los, Leute, ich bin auch da. Wollen wir fighten? Go, go! Wer das fissen? Oh, die klatschen wir jetzt. Leute, die kickt mich einfach weg. Good job. Jetzt haben sie sowas von verdient, Alter. Ne, ne, wollte ich nicht. Geh weg. Achtung. Oh, ne, geh weg mit dem Schleißfisch. Ja, ich bin instant tot. Wieder zwei Intis auf mich. Ey, ich fände schon mal aus wie die Rauetie raus, sonst klingt der für gar nix, als ich mir da nach Nauti-Griften trotzen worden hätte. Jetzt klatscht ich den Tower um. Hier, den könnt ihr einfach töten, der hat kaum HP. Boah, einfach verstellen, was macht tippt! Achtung, Leute, pass auf, pass auf, pass auf! Jetzt kommt Nauti-Triple-Kill. Die machen die Vollfährte mit Traden, zwei gegen vier oder sowas, und ihr rennt da erstmal bis zu einem... Was denn? Oh, Mama. Ey, ist der S nicht tot? Aber der S war doch tot, oder nicht? Der S war doch tot, oder nicht? Der S war doch tot, oder nicht? Ja, haben wir doch gestötet, oder? Ja, ich mach irgendwas kaputt. Klasse. Das war instant Karma. Guck mal, ich komm, ich will gerade auf Nautilus springen. Gerade auf Nautilus springen. Genau da. Das war ein Untergang. Dieser, dieser Nautilus kommt einfach in den Busch vor mich gerannt. Ne? Das war sein sicherer Tod. Kommt ein Astral-Ulti. Der wäre Nautilus am Arsch gewesen. Aber es war einfach genau dann da. Du war, also... Wo denn? Wo standest du denn? Wenn so ein Nautilus so face-checkt... Also da haben sie gerade zwei Wards gesteckt, ne? Ich weiß nicht, wo du gestanden hast. In dem Busch haben sie vorher zwei Wards reingestellt. Eben gerade im Fighter. Ja, da haben sie dich gesehen. Deswegen. Ja, natürlich, aber... Der musste ja von der Base aus geballert haben. Das heißt, er hat ja schon ziemlich prediktet, wo ich hinlatsche, ey. Hey Leute, was geht hier in der Mitte, Graves? Die Riffen töten. Komm, die Riffen klatschen wir jetzt voll um. Komm, die Riffen klatschen wir jetzt voll um. Da kommt der Fisch wieder. Warte, jetzt machen wir's gleich. Komm, jetzt töten wir sie. Go, go. Klöp, 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 klöp. Bin da, bin da. Wow, fuck! Ne! Dieser verfickte Fisch trifft mich mit dieser Scheiß-Ulti durch, den Graves durch. Oh, nee, Mann. Oh, das darf nicht wahr sein, ey. Okay, ne, das hängt an uns. Let's go. Oh, Mann. Haben die überhaupt irgendwas low gehauen da? Ey, wir es nicht geschafft haben, einen von denen zu erledigen, Alter. Das ist scheißegal, weil die Riffen klatschen uns eh. Oh, die sind so verdammt stark, ey. Okay. Lass mit denen. Go, go, Evelyn. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Evelyn. Oh, Evelyn. Oh, Evelyn. Weißt du, was ich noch nicht verstehe? Die haben Jenna-Ult noch. Jenna-Ult ist noch ready. Und vor allem der Fisch. Der Fisch one-shotet mich. Hast du was gesehen? Mann, der Fisch steht 12-3, Alter. Der S steht 11-4. Riffen steht einfach 9-4. Was ist da los, Alter? Warum werde ich eigentlich hier von jedem von dem fucktags gewone-shotet, Mann? Was ist das fucks? Da hast du das, glaube ich, immer noch einen Klass-Aufgleich macht. Der Nautis ist auch so'n... ...zurritten Tod. Wie, nur ein Faker-Z, ey. Easy. Die Klatschen sind nachher alle weg. Ach so. Ist ja... Also... Wenn ich... Das ist ja eindeutig, aber so'n... Nee, ist ja nur ich, der hier reinfällt. Dieser Nuuuuh... Alter, dieser... Nameless-lappender Mann. Schieß 4-10. Wollt ihr fighten? Männer? Ja, was hat der... Trash... Trash-Boy. Noch 9 Assists. Wir haben da einfach eine Ward stehen. Wir haben überall Ward stehen, Alter. Oh, Mann. Mit der Warden oben, neuer Warden-Downer. Geh weg. Uuuuh. Das sind meine erste Decks für mein AP-Item, du Typ. Wollen wir jetzt mal... ...alle zusammenfalten? Ja, nee. Kicken aufs Maul. Ihr seid ein Split-Push. Ähm. Dieser Fisch kackt mich so an, ey. Der war so... Der war so kacke auf der Lane und jetzt kriegt der... ...so viel Feed. Da sind das einfach... Ist doch immer so... Der Fisch ist ganz toll, ne? Äh, äh. Oh, geh mir doch nicht auf den Sack. Was hast du eigentlich CDs? Jetzt komm ich nicht an ihn ran, Mann. Weil er einfach rumläuft. Lol. Das ist mal Split-Pushen. Wie ist denn das? Ich geh das mal taktisch angehen? Taktisch angehen? Nicht hau drauf, taktisch. Ja, ich sag mir, wir gehen jetzt mal hier ne Runde Split-Pushen, würde ich sagen. Machen wir ja schon. Neu, das ist Staubt, Alter. Ja, ne, nur nehmen wir es. Da guck dir das mal an. Ja, laut loskommt. Ihr wisst ja, wir fern einfach aus in den Busch. Ja, ne. Ist das ein Tryhard-Ficker, ne? Boah, das ist natürlich genau die richtige Situation jetzt. Alter, wie ich voll gerotzt werde, Mann. Oh, das ist der Hammer. Also ich könnte mich ja über dieses Spiel mega aufregen, ne? Ich könnte mich mega aufregen, irgendwie. Ich hasse es zu lanen, ich hasse es. Ah, dieser Fisch hat nur Vorteile durch ein paar Scheiß-Situationen gekriegt, weil der Top-Lainer da war und so. Und schon ist er stärker, Mann. Das fuckt so ab. Der war so kacke auf der Lane. Hör auf das zu wagen, der dreckigen Mistkuh in meiner Gegend war. Sag Schild drauf, Alter. Was geht ab? Mein Name ist Jena. Wie geht es euch, Alter? Stich in der Fisch. Ich wasche mich nie. Alter. Komm, ich pushen, der geht weg. Komm, ich brauche mehr Damage, mehr Damage ist und dann stehe ich auch schneller. Oh, Fisch. Okay, pushen wir nicht gehöre umfahren lassen. Hey Graves, da stehst du gut. Der Fisch kommt kaum noch nicht an. Oh, oh. Da wird Gillespeed buffed. Gillespeed buffed. Woher wissen sie das denn? Weil die überall verfickte Wards haben. Überall. Wo haben die denn alles Wards? Mann. Überall. Weil die Warden, Mann. Ich stehe da. Versteig. Und werde gesehen. Boah, die gehen mir übel auf den Sack, ne? Die haben Zeitmaschine. Gucken sich da das Video von Affe an und wissen genau, wo du langläufst. Ja. Ja, Leute, die pushen jetzt durch. In der Mittel. In der Mittel, in der Mittel. In der Mittel, in der Mittel, in der Mittel. Was hast du schon gemacht? Ich hüttet die jetzt einfach. Ich mach dir das 1-G5. Toll. Oh ja, Fizz, Alter. Oh nein. Warte, ich will da kriege... Damage, Mann. Mann, der Nautis hat ja schon fast 10 Prozent ins Leben gezogen, ey. Ja, mit allem. Holy shit, ey. Den habt ihr ja fast tot, ne? Die wurscht ja nur ein Rastet, ne? Let's go! Drauf! Ja, Evelyn, würdest du vielleicht mal? Uns die Ehre erweisen, reinzugehen und zu rengagen mit deiner perfekten Ulti hier? Ich will doch nicht den Nauti hooken! Fisch! Ja, die Pisse! Ich kann sich keinen Schritt bewegen, Alter. Oh! Graves ist tot! Mein Freund, der Graves ist tot! Jetzt sag ich dir vielleicht gleich 5 Leute... Rückwärts, 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 rückwärts! Hier lang! Hier lang? Hier lang? Hier lang? Hier lang? Hier lang? Hier lang? Ah, ja, wo soll ich denn hinlaufen, Alter? Als nächstes hätte er eh gehabt und alles! Scheiße, ey! Mann, Mann, Mann! Dieses Spiel! Hat niemand gesehen! Wir haben auch wieder keinen verschissenen Tank, ne? Ich hab ihn auch geguckt! Der Jungler denkt sich, ich picke Evelyn! Der Top-Lane sagt, ich bin Zett! Ich bin Zett! Ich bin viel besser als Affe und rocke voll in dem Game! Und kackt dann da voll rein! So ne Sprüche haut er raus vor dem Spiel, ne? Ach, ich kack voll rein! Dein Top-Lane war zweimal in der Mitte! Bis die Laning überhaupt aufgehört hat, Alter! Heftig, ey! Ne, ich war auch gut in der Lane, Alter! Du hast deinen scheiß Top-Lane so verschissen, dass der einfach zu mir kommt! Weil du einfach keine Herausforderung für den bist! Nichts! Einfach nichts! Und dann muss ich es spüren kriegen! Dann muss ich es wieder zu spüren kriegen! Mann, war ich tot! Mann, 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 ey! Das ist dann wieder so! Kleros Feed ist wieder... Wird einfach wieder auf mich auf... abgewälzt! So, pfff! Rückt er mich aus wie so ne Tube Zahnpasta, ey! So, pfff! Hallo, ich bin Grifin! Boah! Ich hab gegen einen... Scheiß... Noob gespielt, Alter! Hey, mein Gott! Der ist Gold 3 oder so! Ich hab hier wieder den Brocken abgekriegt, sagt der Klero! Ja, jetzt... Jetzt bin ich nur, weil ich den Brocken abgekriegt habe, ey! Lass mal scheiß Drang machen, yeah! Ist er los! Baron können wir eh nicht contesten! Ist der noch da? Nein, natürlich nicht! Ja, wir haben wieder verschissen, ey! Komm, wir töten jetzt Ezreal und Nautilus und Fizz und Riven, weil wir's können! Gute Idee! Oh je, die... Ah, sch... Ist ja nicht so, als würden die uns alle sehen und gehen einfach zum Baron und scheißen auf dich und dein Blaues aus! Boah, komm, wir holen uns Nautilus! Oh, komm, wir holen uns S! Vielleicht doch! Oh, wir holen uns Nautilus! Nein, hier! Der furscht da rum wie so'n dummer... Hier! Nein, den können wir nicht legen! Ich töte den! Oh, fuck! Der hat von viel... Leben! Und... Alles! Wo ist der Hook? Ich hab dir gar keinen Damage gemacht! Guck dir's mal auf! Hook is out! Der hat ja schon viel zuhause HP nach 30 Minuten! Schon wieder hat der Eel! Was? Schon wieder hat der Eel! Ey, der... Jedes Mal, wenn ich an ihm dran bin, ne, dann hat der Eel... Ich kann hier hin! Ich kann hier hin! Und was hat Claire gemacht in der Zeit? Hat er sich einen runtergeholt? Was ist dabei verreckt? Ach, Gott! Ja, Fiss und Riven da oben irgendwie... Ja, Fiss und Riven natürlich! Mhm, Fiss und Riven! Ja, natürlich! Mhm, Fiss und Riven! Ja, komm wo die Riven ist, du Lappen! Top! Ich sehe, dass die Mitte ist! Ja, jetzt nur aus 30 Sekunden nach meinem Tod ist die Mitte! Ich sehe, du darfst die Mitte ist, Claire ist an den Wind hier gestorben! Da können wir hier wieder beim Verteidigen korrekt! Ach, was ein Scheißspiel, ey! Gott, sind die alle schlecht! Die fühlen sich so toll, ey! Ich fühl's scheiße! Gut, dass wir den Chancen in jedem Moment... Wir machen immer wieder mit Claire! Schön, ey! Was für ein Kackspiel! Da kann ich ja nicht diese Scheiß-GP-Orange gegen die Wand werfen und drauf kacken mit seinem It's K, ey! EINMAL mit Claire heute, ne, ey! Da krieg ich mal wieder eine Rappe, wenn die Top-Late einfach zu hier hoch... Hat mich gerade ein Franzose fertiggemacht! Siehste? EINMAL-VOLL-PLATINEM-DIIMON-TEAM-LOSE-ZU-GOLDEN-SILVER! Alter, ey! Oh, alles Claire ist schuld, ey! Ja, Mann! Da schreiben wir gleich mal hier eine Acht, zwei gleich und ein großes D! Blüpp! Das ist meine Antwort! Oh Gott! Eigentlich muss man das so machen! So, so, so... So... Dann, äh... Warte mal, wie machen wir das? Ach ja... So... Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Ich bin nur noch hier wie dein Smiley! Ja... Warte, die sehen das jetzt nicht mehr, ne? Doch! So! Warte, ich muss mal eben übersetzen lassen, was dieser Franzosen-Hurensohn da jetzt schreibt, ey! So, Leute, ich würde sagen, das war wieder eine grandios verlorene Runde! Ja, ne, also sowas, ey! Wenn ihr den nächsten Champion bestimmen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr beim nächsten Mal als Champion haben wollt! Und wartet jetzt ein bisschen, dann könnt ihr voten, welchen Champion ich als nächstes spielen soll! Ja, schreibt rein, was für ein Champion ihr euch wünscht und votet für den, den ihr nächstes Mal sehen wollt! Also, ich würde sagen, haut rein, bis demnächst und nehmt League of Legends nicht zu ernst! Hahaha! Hm! Ja! 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 Vielen Dank.